Distanziert, genau auf Fokus, dass er mit Hintergrundunschärfe aber trotzdem mal die Fassade sieht. Ja, und jetzt auch den Kontrast noch ganz ein bisschen. Und ich glaube, dann sieht er, ja, durch das Blau wirkt er eigentlich ziemlich gut im Fokus. Einmal rum. Wenn er da vorne steht, dann bin ich hinter ihm.